Gratuliere, ihr lebt in Deutschland, dem besten Land der Welt. Auf dem Bierbike, ohne Tempolimit, mit deutscher Wertarbeit zum Erfolg, das ist der deutsche Traum. Aber vor allem gibt es wohl kein anderes Land auf der Welt, das sich derart für Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Gerade dann, wenn andere sich zurückziehen, soll Deutschland eine starke Stimme für Menschenrechte sein. Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Verleumdet bitte nicht die Demokratie als System. Entschuldigung, so viel Einsatz für Demokratie und Menschenrechte, da werde ich mal ganz emotional. Also egal, ob Trump in den USA, Erdogan in der Türkei, Putin in Russland oder wo auch immer. Ja, überall, wo man die Demokratie in Gefahr glaubt, da sind die Deutschen stets zur Stelle. Also fast überall. Eine dieser bemerkenswerten Ausnahmen ist Ägypten. Ägypten ist mit fast 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land im arabischen Raum. Und die Deutschen lieben Ägypten. Pyramiden, Schnorcheln, brutale Gewalt und Erschießungen von Demonstranten. Äh, Moment. Nochmal von vorne. Wenn ihr in den letzten Jahren beim Urlaub buchen immer mal so ein bisschen Preise verglichen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass Angebote aus Ägypten nahezu konkurrenzlos günstig sind. Und das nicht ohne Grund. 2011 kam es in Ägypten zu Massenprotesten gegen die damalige Regierung. Die Lage im Land war angespannt. In der Folge gab es Militäreinsätze gegen die eigene Bevölkerung, Terroranschläge. Und für Touristen war es nicht gerade der angenehmste Ort. Die Einnahmen aus dem Tourismus, einer der Haupteinnahmequellen von Ägypten, sind nach EU-Angaben in den vergangenen Jahren um 90 Prozent eingebrochen. Deshalb sind auch die Preise so günstig, damit überhaupt noch jemand kommt. Ich meine, wenn in der Innenstadt Panzer rollen, wenn am Strand Terroristen das Hotel stürmen, wenn der Reisebus auf dem Weg zu den Pyramiden explodiert, dann denken sich viele Touristen offenbar, ja, vielleicht dieses Jahr doch lieber Mallorca. Ägypten erlebt einfach eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und an der Spitze steht der Präsident Al-Sisi. Al-Sisi kam ursprünglich nicht durch eine Wahl, sondern durch einen Militärputsch an die Macht. Er war früher Armeeschef Ägyptens und als 2013 politische Gegner von ihm in großer Zahl demonstrierten, ließ Al-Sisi die Armee auf die Demonstranten los und über 1000 Menschen wurden in einem Massaker getötet. Ja, das ist der Typ, dem Angela Merkel hier so freundlich die Hand schüttelt. Wer ihm im Weg steht, wird kaltgestellt. Rund 60.000 Menschen sitzen in Ägypten als politische Gefangene in Haft. In Al-Sisis bisheriger Amtszeit wurden 16 neue Gefängnisse gebaut, damit man diese ganzen Leute überhaupt irgendwo unterbringen kann. Die ägyptische Verfolgungswut macht selbst vor arglosen Touristen nicht mehr Halt. Eine Touristin hatte sich in einem Facebook-Video über die permanente sexuelle Anmache und die betrügerischen Schlepper in Kairo beklagt. Bei der Ausreise am Flughafen wurde sie festgenommen. Jetzt sitzt sie in Haft. Acht Jahre soll sie dafür büßen, dass sie nach Ansicht des Gerichts falsche Gerüchte über Ägypten in die Welt setzte. Wenn das schon mit Touristen passiert, könnt ihr euch, glaube ich, in etwa vorstellen, wieso die Lage ist in Ägypten für Journalisten oder die Opposition. Also kritische Journalisten werden verhaftet, unbequeme Medien werden verboten und bei der letzten Präsidentschaftswahl wurden tatsächlich alle Kandidaten, die es sich erlaubten, gegen Al-Sisi anzutreten, entweder direkt verhaftet oder aber sie wurden dazu gezwungen, ihre Kandidatur zurückzuziehen. Und der Einzige, der gegen Sisi antreten durfte, war der nahezu unbekannte Politiker Moussa, der vorher eine Fanseite auf Facebook für Al-Sisi betrieben hatte. Harter Gegner auf jeden Fall, aber Al-Sisi konnte die Wahl doch noch knapp für sich entscheiden mit 97%. Und das ist die Lage heute in Ägypten. Gleichgeschaltete Medien, eine ausgeschaltete Opposition und Wahlen, die ein scheiß Witz sind. Und Deutschlands Rolle in all dem ist nicht gerade rühmlich. Deutschland liefert Ägypten so viele Waffen wie noch nie. Allein 2017 im Wert von 428 Millionen Euro. Auch deutsche Waffen sichern die Macht vom Autokraten Al-Sisi. Der deutsche Wirtschaftsminister reiste Anfang des Monats sogar mit einer Wirtschaftsdelegation offiziell nach Ägypten, um zu erörtern, wie deutsche Unternehmen in Al-Sisis Unterdrückerstaat ordentlich mitverdienen könnten. Bemerkung am Rande übrigens, genau dieser Minister ist auch dafür zuständig, die deutschen Waffenexporte nach Ägypten zu genehmigen. Und auf die Frage, warum verdammt nochmal Deutschland überhaupt Waffen in Länder liefert, in denen Menschenrechte so ungefähr den Status eines Mario-Bart-Witzes haben, auf eben diese Frage entgegnete eben dieser Wirtschaftsminister bereits im letzten Herbst Folgendes. Ich kenne kein Land, das deshalb, weil Deutschland gesagt hat, wir exportieren euch nichts, dann diese Rüstungsgüter nicht bekommen hätte. Weil es andere Länder gibt in der Europäischen Union, in den USA, in China, in Russland und anderswo, die die Lücke füllen und diese Kriegsgüter exportieren. Das ist die niederschmetternde Antwort, die man von unserer Regierung bekommt. Dass man sagt, ja, wenn wir es nicht verkaufen, dann verkauft es ja jemand anderes. Das macht ja keinen Unterschied. Doch es macht einen Unterschied. Du zynische, demokratische Bankrotterklärung auf zwei Beinen. Der Unterschied, wenn wir es nicht machen, ist, dass wir es nicht machen. Und wenn man die Feinde der Demokratie unterstützt, mit Geld, mit Waffen, mit Ausreden, dann kann man hinterher nicht sagen, ja, was haben wir mit Diktaturen in irgendwelchen anderen Ländern zu tun, dann unterstützt man Diktaturen in anderen Ländern. Und genau dadurch zerstört man letztlich auch das Vertrauen in die eigene Demokratie im eigenen Land. Und genau dadurch, wenn wir es nicht machen, ist, dass wir es nicht machen.